Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier noch ein kleines Zusatzvideo zum Thema Shorts und Geld verdienen mit Shorts auf YouTube. Ich hatte es ja schon angekündigt in einem anderen Video, wir können dann ab Februar natürlich auch mit YouTube Shorts Einnahmen erzielen. Hierfür ist allerdings noch ein Schritt oder genauer gesagt zwei Schritte sind hierfür noch erforderlich. Zum einen müsst ihr den neuen Partnerbedingungen von YouTube zustimmen. Wie genau das geht, seht ihr in einem anderen Video. Das verlinke ich euch einfach mal hier oben unter dem i. Wenn ihr dieses dann getan habt, begibt ihr euch bitte mal an euren PC, öffnet einen Browser und öffnet euer YouTube Studio. Hier klickt ihr auf den Punkt Einnahmen und Anzeigen in Shorts Feed. Hier klickt ihr dann auf Aktivieren. Lest euch nun gut hier die Bedingungen für die Monetarisierung von Shorts durch. Und wenn ihr diesen dann zustimmt, klickt ihr hier unten auf Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen für Anzeigen in Shorts Feed. Und nun könnt ihr an dem Stichtag ab dem 1. Februar 23 mit euren Shorts aufrufen, dann dementsprechend auch Geld verdienen, indem ihr hier an den Umsätzen der Anzeige, die zwischen den Shorts geschaltet werden, beteiligt werdet.